Es geht heiter, meistens heiter, da hier bei The Ledger's Relative Kingdom. Willkommen zurück, Freunde. Wir sind hier in einem der vielen, vielen Schreine und wo wir den noch machen. Also ganz kurz noch mal erwähnen, ich habe noch mal geguckt aufs Screen, wegen dem Ding hier im Himmel oben. Hier. Den Scheiß kann ich entfernen. Wir haben hier tatsächlich vor ein paar Folgen, nicht mehr, wieso ich das irgendwie verpasst habe oder so, war hier, genau hier, war eine Truhe. Also wenn die irgendwie hier versteckt im Wasser drin oder sonst irgendwo, die Scheiß-Truhe war genau hier. Und die Karte, die wir da mitgefunden haben, die haben wir auch schon hier. Was haben wir die hier? Auch hier auf der alten Karte sind wir genau die. Kein Plan, was mit mir los war, was ich nicht mehr im Kopf hatte. Ist wohl doch schon ein bisschen zu viel, was ich hier ständig hin und her mache, dass man halt schon so kleine Dinge irgendwie wieder vergessen kann. Ah, wo kleine Dinge hat sie nicht immer noch eine Truhe. Da kommt sowas runter, weil da bin ich ja schon... Ah, da oben ist sie. Sollen dahin kommen. Okay, äh, erstmal gucken kurz, wie heißt der Schreine die Prüfung hier? Also vor und zurück. Hm. Ich fahre mich halt gerade mit dem vor und zurück. Ich muss das Ding da aktivieren, da ist mir klar. Gegen die zumindest. Ach so. Ich wollte sagen, ich kann es nutzen, aber okay. Äh. das Teil selber einfach so hoch zu packen, wo es nicht funktioniert. Okay, ist eh zu weit oben. Hm. Bloß die Frage, und wie weiter? Das war. ich hatte gerade so ein bisschen mehr schwung rein kriege das löst das problem nicht und ich komme so auch noch nicht zu kugel da hoch zu kugeln sage ich schon so schatztruhe er fliegen kann aber okay so käme ich schon mal so hoch und so gebe ich so hoch ja ein bisschen gebraucht das hat zuerst um zu schnell nicht funktioniert aber naja ist auch ein bisschen rumfuchsen hätte genauso gut darin wie die ganze folge dauern können bis ich es geschafft habe so ein segenslicht und das segenslicht dann geht weiter oh mann oh mann oh mann tja also 100% gewinnt alle schreien zu machen nicht nur zu 100% ich will es generell auch machen auch aus einem bestimmten grund denn wir sollen ja etwas spezielles bekommen wenn wir es schaffen alle schreien zu machen so ein spezielles goodie könnte man sagen etwas wo ich ursprünglich mal gehofft hat das ein hinweis sein könnte auf den dlc the kingdom vielleicht könnte es auch ein hinweis sein auf den eventuellen nachfolger ganz irgendwie darum geht dass wir eventuell mal noch eventuell mal noch die geschichte so von der zeit von vor 10.000 jahren herausfinden also quasi die zeitlinie wo wir schon herausgefunden haben dass damals die shika dachten hey wir haben keinen bock mehr auf die verheerung jetzt finden wir einfach mal kurz auf die schnelle pass auf nicht wahr sein es fängt an zu regnen ne geht noch jetzt finden wir einfach mal auf die schnelle unsere shika technologie den ganzen wächtern den türmen dem shika stein natürlich den titanen aber das zeit alter damals das würde mich schon interessieren aber natürlich auch mit dem damaligen link der aktuelle link hat dann ganz andere probleme dem ihm wird die ausdauer zu ende gehen wo ich darüber bin der fülle ist zu auf dann machen die fitnessmedizin noch ein bisschen mehr herkommen wobei wir so mehr fitnessmedizin machen ja nicht so schlecht das generelle wollte ich weniger wie gerichte kochen obwohl wir viel fleisch und so hätten sondern halt wirklich mehr medizin aber ist ja gar nicht mal so einfach da die richtigen kleintiere brauchst damit es funktioniert das ist ja gar nicht so schnell von hier jungen ist das noch weiter weg weißt du was wir machen was anderes ich wollte zuerst zu fuß sein jetzt hatte ich mir so vergiss es wir fliegen schnell von hier da rüber. 101 Schreine. Da sind insgesamt 51 fehlen noch. Viel zu viel, definitiv. Oh, ist das gerade Zelda? Ja, ist Zelda. Schade, da hat man den anderen Drachen. Also nix unguts Zelda. Ich freue mich natürlich schon nicht zu sehen, aber in der Situation eher ein bisschen unpraktisch. Kein Gefrieren! Obwohl wir schon mal im Himmel hier oben sind. Da habe ich auch noch relativ wenig gemacht. Wenn ich schon mal da bin. Obwohl, was weiß ich erstmal hier rin. Ein bisschen Frostkraut. Entschuldigung. Da rein. Frost ist schwer, Frost ist Schwert. Frost ist das Schild. Alles verrostet hier. Das Ding auch noch. Auf der Insel. Ich schaue mal hier auf meiner interaktiven Map, wenn man so will. Gibt es hier etwas. Ob ich jetzt relativ weit unten war. Toll, verlaut der Icons hier. Sehe ich nix. So, manchmal. Äh. Wo bin ich gerade? Der Rannel-Luftraum. Moment, ich bin ja weiter unten. Äh. Da kommt es jetzt zwar hin. Okay. Ja, jetzt ist alles gut. Dann zeigen wir mal das alles. Ah, und warte mal. Das kommt mir deswegen bekannt vor wegen hier. Haben wir nicht hier damals das seltsame Ding gemacht? Snowboardrenner oder so? Abgesehen davon war ich hier oben schon mal. Jetzt bin ich noch ein Teil davon. Hm. Ja, ein Teil, aber noch nicht alles, glaube ich, ne? Okay, wirst du was? Wir haben hier schöne Maschinen. Ich benutze doch mal ganz kurz. Mit vielen Batterien. Ja, komm. Ich weiß, wenn du das Powerbike nehmen, aber hey. Ein bisschen was anderes ab und zu, warum auch nicht. Da haben wir noch die eine Prüfung damals gemacht. Damit wir hier, äh, Ding bekommen. Äh, die, 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 das, äh, das, äh, Flugset. Was ist schon wieder? Hallo? Ich bin noch vorbei. Ah ja, hier. Das Aero-Set. Ich habe keine Ahnung mehr, ob es die Maske war oder was auch immer. Ja, okay. Ähm. Was ist das gerade? Hab ich es gerade gesehen? Okay, die Aufnahme läuft noch. Hä? Okay, schräg. Was ist gerade? Ich muss nachher mal gucken, ob das nur in der Aufnahme jetzt gerade war. Beziehungsweise ob nur ich das gesehen habe in der Aufnahme, war es gar nicht. Oder ob es auch das Spiel selbst war. Irgendwie... Äh, 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 von Elgato. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt tatsächlich. Hat er vollgelegt. Da hatte ich gerade das Spiel wieder abgeschmiert. Gut, Switch-Spieler, die abschmieren, hatte ich jetzt noch nicht so häufig tatsächlich. Generell, äh, ich bin eigentlich eher mal so PC-Spieler, Konsol-Spieler, eher weniger, wo es auch schon mal bei Wii U oder eben Switch. Ja, Switch aber auch. Oder der Wii eigentlich auch schon mal, aber eher... Ich glaube es gerade noch einmal tatsächlich. Ob es noch nie geschafft hat. Doch PS auch schon, stimmt. Gott, PS sogar noch mehr. Die anderen waren eher seltener tatsächlich. Das war gerade wirklich creepy. Richtig, richtig creepy. Naja. Was soll's, ja. Hauptsache, es läuft wieder niedrig abgeschmiert. Wobei, ich habe einen Autosave, also was soll's. Schlimmer wäre es gewesen, wenn ich jetzt irgendwas getriggert hätte, wodurch ich wirklich das Spiel hätte komplett, äh, nicht nur neu starten müssen, sondern auch gesagt bekommen hätte, hey, du musst jetzt Update, äh, auffangen, wo du wieder weiterspielen kannst. Das wäre übel gewesen, ey. Wenn das hier gerade aussieht. Dem hier. So. Schau mal kurz um, ja. Hm. Ich kann aber da mal weiter, ob ich noch draufklatschen soll. Batterien generell sind ja schon cool. Naja, machen könnte ich. Ich markiere das mal kurz. Ich weiß nicht genau, wie es markieren soll. Weil, äh, ich habe hier ja Materialien. Hm. So eine Bauteile halt. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Da oben ist er. Ja, hier oben war ich noch gar nicht, ne? Hier schon, aber da drüben noch nicht. Ne, haben wir noch gar nicht? Krass. Mal Insel gefunden, Freunde. Gut, das ist wirklich verwundernswert. Das liegt doch ziemlich weit oben. So ein Kappelspender. Was haben wir hier Schönes? Wir werden es gleich erfahren. Neues Unerbauteil werden wir wohl kaum mehr finden. Da haben wir mittlerweile schon alle. Ja, haben wir gewundert. So, ein paar Wundern. So laufen wir da hoch, wa? Mal gucken, was oder wer da ist. Ja, das könnte nur ein Cock sein, ne? Oh, ist hier auch schon einer? Oder ist es einer, der ich abspringen muss, oder was? Ja, so sehe ich aus, ob ich jetzt da abspringen würde. Ne, lass mal Kumpel. Äh. Ich habe doch irgendwie das hier genommen, was ich für den Krok. Ja, ich bin noch nicht zuvor gekommen, wenn ich das irgendwie angesprochen habe. Das hier Ding, ne? Ja, ist auch ein Krok. Aber eigentlich, Pflanzen stillen könnte ich eigentlich auch locker so markieren. Aber andererseits würde ich den sonst Krok sie markieren, ne? Weil Pflanzen kann ich theoretisch auch mit dem Symbol machen, dass sie auch etwas zum Essen, also zum Zubereiten sind. Also normalerweise zumindest. Ah, schwierig. So, auf alle Fälle müssen wir uns hier wieder mal um einen Schrein bemühen. Oh, voll in die Fresse. Normales Wild? Pass auf mich so aus. Bringe mir den Kristall. Dann zeige mir, wo er ist. Da hinten? Ernsthaft? Doch, dass er so ein Teil war. Okay, dann war ich hier drüben. Ah, verstehe. Was? Nein. Mal gucken, was zum Aufsammeln ist. Die Natur gibt und Link nimmt. So. Da sind auch viele Pilze, wa? Generell viel zum Einsammeln. Eben, das Problem ist jetzt halt, weil es ja doch so viele Dinge gibt, hätte ich jetzt eher gesagt, hey, da ist doch ein super Platz, um sowas zu markieren. Aber es gibt ja auch Frösche. Das sind ja nicht wirklich pflanzliche Dinge, sage ich jetzt mal mit so einem Symbol. Das wäre eigentlich eher etwas klar zum Kochen und zum Zubereiten generell. So einer ist irgendwie auch wieder auf Anfängerniveau. Da geht er drüben, das heißt, ich muss lieber hier hoch. Jo, da hilft nichts, ich muss da hoch. Dann gehen wir halt da hoch. Und holen uns den Kristall und sonst noch ein paar Dinge. Wird es ja auch noch ein paar Dinge da oben geben. Oh, nö. Darin brauchen wir nicht. So. Und hoch da. So. 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 So, so mal. brutaler oder? Rich ist auch brutaler. Oh! Oder hin? Ich sehe nicht mehr. Rich kannst bitte mal auf, an diese weißen. Manchmal haben die richtig. Ah, okay. Jetzt habe ich es gesehen, Freunde. Tschüssi. Ja, gleich. Das nix gegen die Weisen und so, aber wenn die halt immer so mal herumschwirren, das ist nicht ganz so einfach. Weil irgendwie auch seltsam ist, dass die erst Weisen werden mussten, damit sie uns ihre Macht schenken konnten. Weil die Recken in Bravati konnten das auch so. Gut, sie waren tot, ne? Wird es was anderes gewesen? Ich musste ihn erlösen, hat er toll, gut. Ich habe es genau gesehen. So, aber Tollwut. Was ist denn das hier da? Ein Stein. Äh, da unten ist was. Um die Ecke denn greifen geht leider nichts. Ja, das Ding abschiessen. Ich habe halt Angst, dass wenn ich das mache, dass er dann komplett runterfällt. Wobei, was soll's, ne? Shit happens quasi. Naja, bleibt liegen. Okay. Hätte auch anders sein können. Uh, noch eine alte Karte. Krass. Hä, wir sind aber vorbei? Das ist total, dass der Kissen einfach nicht sieht. Äh, so. Ja, scheisse, ne? Mein Gerät ist da oben. Das ist nicht cool. Äh, vielleicht kommen wir trotzdem irgendwie wieder hin. Von Yaws zum Beispiel. Hm, eine Rakete. Hm. 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 Danke schön. Er wollte gar nichts. Huch. Nein. Das ist los, Link. Da müssen wir rein. Hui. Oh, da bin ich. Oh. Okay. Da könnte wehtun. Äh. Mit dem Master-Schwein einfach durch. Hm. 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 Mich bin ich nicht. Da wird schwierig. Ja. Das Haverbike bauen. Der ist... ...für Transport dieser Art eher ungeeignet. das sieht dann gut aus dann war noch ein bisschen mehr Power drauf da ist eine Batterie, die brauche eigentlich nicht, wir haben ja genug Power so, dann nehme ich noch hier rauf prächtig, dann haben wir auch noch das Teil den Weg freimachen Dankeschön liebes Master Schwert, da wird es natürlich noch gelohnt das Master Schwert seit tausenden von Jahren gestärkt wurde ich gebe ab, nichts hält uns am Boden, alles nass und grau ich kann mich erstaunlich gut lenken, also by the way vielleicht sollte ich generell dieses Teil hier sprich eigentlich das Ding ne das sind Favoritenseelen ich werde versuch transporten, wenn ich mal so kristallen machen muss das ist ein Towerbike nimmer, das Ding, ich glaube das macht wesentlich mehr Sinn tatsächlich du bist der Darbringen des Kristalls ja das bin ich und der Bezwingung des Schreins also sobald ich da reingehe ah die Schreine hier oben im Himmel, du ufff soll ja angeheber 32 Stück sein was? will ich doch noch was machen ich dachte das ist nur so Rausprüfung und so vom Eis geführt, ja gut das äh soll ich auch noch so hinkriegen oh der hat vielleicht das ganze einfriert, ok danach nicht vom Eis geführt ja das ist ja wieder ein Flammenwerfer ja das ist ja wieder ein Flammenwerfer ja das ist ja wieder ein Flammenwerfer ach ne sag bloß ich mach so ein riesen ernsthaft? soviel Anlauf halt ehrlich gesagt wir ein bisschen übertrieben aber ok ja nicht ganz ja nicht ganz nicht aber ok hm 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 Nee, das wird so auch nicht klappen. Nee, schade. Ich kann über da drüber versuchen. Das wird sicher auch nicht klappen. Ja, jetzt aber. Wirklich weiss machen. Vielleicht machen wir hier das Ding weiter. Meine Prüfung heisst, vom Eis geführt. Ich verstehe sonst nicht, wieso ich hier Eis brauche. Das hat vorhin auch keinen Sinn gemacht. Es sei natürlich, das Eis zu schmelzen, aber als was falsch gemacht hätte. Dann schon eher. Ich hoffe, ich habe nur ein Eis lächer, wenn das ganze überhaupt rutscht. Mal. Mal. Weil ja, es heißt ja vom Eis geführt. Vielleicht brauchst du gar kein Eis unten, sondern nur hier. Dann holt es automatisch. Ich glaube, da kann man den ganzen Ding drüben sparen. Moment. Moment. Den Anlauf da oben. Den kann ich mal gar besparen. ich hab meinen Farmen geholfen. Dann meinen und ent買en. Dann schmeckt er die Kalle. Absch密ter das Ding drüben. Es geht vorbei. Oh, aber es geht um. Das geht. Ihr solltet die Kalle ist zum Teil zu gehen. Da müssen wir ihn noch treffen, ne? Ach komm schon! Das war doch fast perfekt. Was ist jetzt los? Ach so. Ja hab ich schon gesehen. Das ist auch selten, dass wenn du den Kristall zurückbringst, dass du dann nochmal eine Prüfung machen musst darin. Aber sie ist hier schon fertig wäre, aber hier geht's weiter. Aber man kann hier Eisfrüchte farben, also why not? Ach stimmt, warte mal. Ah, Eisfrüchte kann ich nicht kochen. Ist nur gerade wegen hier der Markierung. Scheisse. Das sind natürlich für generelle Items, aber nicht für Dinger schon besser, wa? Und die Crocs. Und transportieren wir dann halt vielleicht die... Ah, scheisse. Okay. Ich habe genug verliert. Die falsche Markierung gesetzt. Ja, aber was ist jetzt hier eigentlich los? Ups. Entschuldigung. Das wollte gar nicht. Ja, sogar mir müssen zu schräg. Ja, ich weiss ja das Spiel, dass ich irgendwie vorstelle, dass ich das mache. Aber das dauert mir jetzt gerade zu lange. Dann muss ich es so machen, so geht es gar nicht. Ah, von da runterfallen lassen, ne? Von da runterfallen lassen, ne? Ja. Ja, das war schon. Ja. Ja. Oh, Alter. Ja. 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 Nein! Ah! So! 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 Oh du! Keine Ahnung wie das es funktionieren soll! Ach Mist! Hätte er klappen können! Oh! Oh! Von da aus! Wahrscheinlich ein gewisses Gewicht! Oh! 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 Natürlich kann man es machen! Wenn man Lust drauf hat! Aber... Sehe ich in mir gar nicht so richtig ein! Vielleicht ein anderes Mal! Ich sehe zum Beispiel hier auf der Karte das dass ich kein Truensymbol drauf habe! Sprich ich weiss! Äh! Da habe ich noch etwas vergessen! Und kann es dann noch nachholen! So! So! Wenn wir so weit ja fast schon durch hier! Dann drüben noch mal schauen! Weil ich habe das Gefühl habe da irgendwas... Ja eben siehst du da hinten in die Truhe schon wieder! So ein Kackviech! Was zu! Ah doch! So! Und diesmal? Werde alte Karte! Junge, Junge! Haben wir alte Karten hier um vergessen? Ich hoffe mal schon! Oh! Aber ganz unten! Wie sie da sind, da dauert ein bisschen! Aber gut! Haben wir die Tue auch als sonst noch nicht! Sonst habe ich oben ja nichts übersehen! Okay, okay! Das ist Hofer zumindest! Ähm! Er hat halt die Frage! Die bisher gesammelten Koks, die habe ich ja nicht gesehen an Soa oder? Also eher eine Art... Ich habe mich hin und her gerissen, was das beste Symbol ist! Wobei, sind wir ehrlich! Die Koks, wo ich das Gefühl habe, ich mache die später nochmal! Sind das wirklich die Koks? Sind das andere Koks? Ne? Es passt halt sonst kein anderes Symbol hier! Es ist irgendwie voll scheisse! Herzabhäng für Finn gedacht! Wobei das sowieso irgendwie so ein Trugschluss ist! Ähm! Traue, weil ich was davon bekommen habe! Ja, ich kriege ja einen Schatz eigentlich doch! Ich weiß auch nicht! Ich bin dann auch ein bisschen hin und her gerissen, wie ich das markieren soll! Am besten! Ich habe einen Unterschied zu machen, ne? Weil eben eigentlich auch sagen, ja, das sind pflanzliche Dinge und so! Und dann sage ich jetzt habe ich hier zum Beispiel auch Tiere! Tiere sind auch keine Pflanzen, ne? Ja, deswegen macht das Symbol ja auch keinen Sinn! Zu sagen, ja, also Dinge, die ich kochen kann und so! Ja, das stimmt! Dann auch Sonnenfleckchen oder irgendwelche Spurtkröten und so! Kann ich irgendwie kochen! Aber zum Beispiel eine Eisblume, kann ich ja auch kochen! Pfff! Eher weniger, oder? Also, ich weiß nicht, das reicht! Na gut! Da ist ein anderes Thema! Da muss man nochmal ein bisschen was überlegen! Wie ich das einheitlich packen soll! Und sagen wir mal an der Stelle trotzdem! Vielen Dank fürs Zusehen! Nächste Folge dann! Sind wir noch hier! Wir wollen ja eigentlich hier hin! Da sind wir schon relativ nahe dran! Und hier die Quest abzuschließen! Und dann muss man gucken! Auch noch ein wenig Schreinen hier! Obwohl wir vielleicht auch noch ein, zwei Finnen werden! Obwohl ich glaube eher weniger! Weil wenn man es hier guckt! Mit den Blumen her und so! Da haben wir auch schon so viele! Wir wissen einfach hier, dass es noch ein paar gibt! Aber ansonsten! Aber hier oben natürlich auch noch ein paar! Ansonsten! Schreine dürfte es hier nicht mehr so viele geben! Bis gar keine mehr! Na wir werden sehen! Bis zum nächsten Mal! Tschau zusammen! Schreine! Schreine!